Ja Leute, was geht ab? Hier Pandero, Pidi, Spindaro. Ich, ich, wie mache ich das jetzt am besten? Wer geiert denn auch hier auf dem Channel rum? Weil, ich habe mir das hier immer so durch den Kopf gehen lassen und dann ist mir aufgefallen, vielleicht sind ja auf deinem alten Channel noch Leute, die einfach nur darauf warten, dass du wieder Videos machst. Vielleicht wissen die ja nicht, dass du einen neuen Channel hast, habe ich gedacht. Ja, also für die, die es nicht wissen, ich habe jetzt schon seit längerem einen neuen Channel und hört auf mich hier zu abonnieren, weil hier kommt nichts mehr. Dein neuer Channel, Pandero, Pidi, Spindaro, Link in der Beschreibung. Geht da drauf Leute, euer Pandero, Pidi, Spindaro. Pandero, being survival!